Wie versprochen, begrüß ich euch bei den gleichen Arbeiten, die wir beim letzten Mal aufgehört haben, hier beim Ballenpressen, mit unserer Superpresse. Danke fürs Einschalten schon mal, Nordfrisische Marsch 2.5 immer noch, leider, leider, leider. Ja, da passt noch was drauf hier. Wenn die Sonne fängt, ist mir das nicht tiefig. Nicht zu schlagartig gelinken. Hm, sechs Stück kriege ich da drauf. So, drei auf. Der ist auch gleich fertig. Ich glaube, ich habe genug beim Kompostmaß da gerade. Deswegen kann ich mir, glaube ich, erlauben, das hier wieder zu verkaufen. So, wieder Arbeitsmodus angeschaltet. Jetzt. 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 So. Also Einverkauf, Beinverkauf, Beinverkauf, Beinverkauf. Also mit dem Beinverkauf kann man echt gut Kohle machen. Auch wenn die Milose-Sailer noch relativ klein sind. Und die relativ wenig Ladekapazität noch für die Ecke. So, jetzt Boom, Boom, Boom. Sollte eigentlich bis zum Ende des Felds reichen, Oh, Helfer, Jörg, hat aber er ist wirklich geendet. Können wir den eigentlich gleich hier direkt drüber halten? So. 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 Ja, das reicht bis zum Ende. Das kriegt er hin. So, letzte Bahn. Das ist ein echter Scherz, oder? So. So, klack, der ist durch. 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 So. 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 Nein. So. So. Die F1 Funktion geht mir auf den Sack. So. Der Kollege hier. So. So. Rum, 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 komm. Ja, geht doch. So. 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 Der fährt jetzt auch wieder voll gegen den Zaun. Irgendwie das Feld gefällt mir nicht wirklich. Aber es gehört halt immer zum Hof. Und es hat einen recht guten Ertrag. Und ein Bauer kann sich sein Feld auch nicht immer zu 100% aussuchen. So. 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 Streifen muss ich jetzt gleich mal abdecken, weil das wäre schädlich, wenn wir den nicht mitnehmen würden. So. 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 ein bisschen geschwindigkeit rausnehmen mitgekauft so jetzt ist die frage machen wir das überhaupt kein problem wir kommen die nicht rein die kommt hier rein so ok ok nicht 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 noch die brauchen keine paletten bin ich zu weit gefahren nicht nicht so hier rein ist set x x x x b z 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